So, da sind wir wieder bei Alien Isolation und immer noch mit dem Kampf der Hiwis. Äh, Kampf der Hiwis? Ach, egal, wie rum. Und ich werde hier auf alle Fälle verfolgt. Aber wie kriege ich den Jungen klar? Ich bin gleich im Eimer hier. Sauber! Ach, Manu, jetzt muss ich die noch mal killen, alle. Jungs, Mädels. Dann müssen wir noch mal machen. Vielleicht kann man ja alle vier hierher loggen. Das wäre ja cool, oder? Alle vier? Müssen wir mal gucken, wa? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt! Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. So. Ach, man muss ja noch mal wissen, wie es so schön war, ne? Dürrlich, ne? Wie es so schön war. Spedding? Etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird und auf einmal drehen die sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Das sieht man ja so viel, ja? Man sieht hier so viel, ja? Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft hier nichts. Nee, ohne Strom läuft hier gar nichts. Jetzt müssen wir doch erst ein paar noch andere loggen hier, ne? Wird das ja nichts. Wollen wir erst einen dort stehen? Ich werde sie einfangen. Ne, keine Zeit jetzt hier. Okay, Zeit zum Einfangen. Was sind wir denn hier gelandet? Wir können doch mal weitergehen. Mensch, hier können wir direkt mal speichern. Ist das schön. Nein! Der kommt doch schon hinter mir her, Mensch. Ach, Mann! Ich mache schon hier. Ich mache hier einen Spaziergang, weißt du? Aua! Kann ich das trotzdem machen hier, oder ist das ungünstig? Ich weiß nicht, ich probiere es einmal mal. Ja, bis. Ach Gott, Leid zwei hier, weißt du? Oua! Bitte! Ua! Oha! Oha! Ach, ist noch so ein devil Mensch! Ich müsste ein Video-Debug benutzen hier. Jetzt kommen sie doch schon wieder durch die Aussäge, oder? Also irgendwas habe ich gedrückt jedenfalls. Heizspeichermodulen zu erhalten. Sie sollten nicht hier sein. Nee, ich weiß schon. Bin da weg. Aua. Ach man, du nervst vielleicht. Die geizigen Schweine lassen mich hier im Sturm runtergehen. Ach scheiße. Ich hätte meinen Leben für die Firma aufs Spiel gesetzt. Ich hätte einen Spezialtrupp einberufen und den Organismus isolieren können, und jeder hätte gekriegt, was er wollte. Aber Apollo hat jegliche Kommunikation abgekippt. Ach man. In der Technikheim Apollo kehrt einfach auf seine Nachrichten. Wir werden hier alle verrecken, wie Schweine. Sie haben es alles vergeigt. Sie und ihre Firma grüßt mich mein Kreuzweite. Arschlöcher. Oha. Ach, und ist das so gut, dass ich gerade gespeichert habe, ne? Alter, das ist jetzt ein Kampf hier ums Überleben, oh Leute. Das ist schon ein Mist, hey, aber... Wir haben jetzt ein paar Folgen damit verbringen, diese Hiwis zu killen, oder was? Also irgendwas hast du da gemacht hier, ne? Ach ja, diesen Ding habe ich bedetigt hier, ne? Zack, 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 äh, zack, 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 zack. Äh, Moment, Moment, Moment. Linker Serverspeicher, aktiviert. Rechter Serverspeicher, aktiviert. Graf, hier doch die falsche Richtung, Mensch. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Verdammt, 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 ey. Durchsuchen Sie die rechte Konsole, das wäre was, äh, so ist die linke Konsole. Selbe Sprecher. Ach. Ach, da haben Sie alle rum hier, ey. Nach Ihnen zu suchen verschwindet wertvolle Firmenzeit. Kommen Sie bitte raus. Zusätzlich zu unzähligen Aufgaben. Ach, scheiße. Ich habe die Zeit, mich zu beruhigen. Komm, mach dich vom Acker her. Ja, ich denke es aber halt, dass du mich einfangen wirst. So, warte mal, ähm. Das haben wir ja gemacht hier, ne? Eben, oder? Ach, nee, oder? Komm, geh weg hier, Mann. Ja, ich weiß, ich bin ganz hysterisch. Mensch. Ganz hysterisch bin ich. Ach, komm, das tut doch weh. Jetzt hör mal auf. Den nervt ja vielleicht alle miteinander. Wollen Sie mehr über Sebastian und Sicherheitsvorschriften? Nee, ich habe keine Zeit für euren Gespräch hier, Mensch. Okay, ich muss einen von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Hör, warte mal, hier. Ach so, hier. Strom. Ich muss mich übereilen jetzt hier. Ach so, warte mal. Strom muss ich eigentlich schalten jetzt. Wie war das? Nee, ist gesperrt. Wo ist das Knöpfchen? Das Knöpfchen wieder. Äh, warte mal. Ach, scheiße. Wollen Sie mehr über Sebastian und Sicherheitsvorschriften? Scheiße. Hat nicht, hat nicht, hat nicht gelangt. Scheiße. Gesehen ja mehrere so Dinger hier, ne? Doch, einer liegt aber da. Kann man nicht nochmal drücken den Käse? Mensch. Ach man, jetzt geh weg hier. Alter, ich bin da im Eimer. Mann! Oh, ihr nervt ja sowas von. Alter ey, die nerven echt schon sowas von. Ach, immer werden wir es noch abchecken. Und dann wär ich halt mal das zu probieren. Kann ich euch jetzt nicht sehen folgen. Oh. Das hier zeigen, ne, meine ich jetzt mal. Und die Hibis verrückt spielen. Die Nerven. Linker Serverspeicher. Aktiviert. Rechter Serverspeicher. Aktiviert. Warte, scheibe ja schonmal schnell speichern. Noch sind sie nicht da, die Jungs. Ach, sie müssen ja noch warten hier. Was ist denn jetzt? Wie lang? Muss man denn warten hier? Das hier ist ja schonmal. Was ist denn da? Was ist denn das? Was ist denn da? Moment mal. Blintgranate. Imbi? Mine? Das Licht aus. Na komm ich, wo sind sie jetzt allein? Ich glaub umgehen kann man die glaub nicht. Ich glaub ich schon ein paar umbringen hier. Irgendwie halt. Ich weiß nur noch nicht so recht wie. Ich weiß nicht. Wollen wir mal gucken. Mensch, warum werfe ich denn nicht? Ich blöde, Moment mal. Sock den gar nicht. Sock den gar nicht hier, ey B-Mine. So soll's ja sein. Naja, weißt du, ich bin immer hysterisch. Ich bin eine hysterische Frau. Jetzt kommen sie alle wieder ange... Mensch. Nee, ich hol's keine Zeit. Shit. Die nerven vielleicht echt jetzt. Also, die waren wir ja schon eben, ne? Mist. Nicht rennen. Rennen verboten. Das ist nun wirklich nicht nötig. Das ist zwecklos. Nein, nee, doch nicht. Shit. Bitte, ich bin ruhig gewesen. Was ist denn jetzt mit dem? Das ist aber hartnäckig, oder? Der Kunde. Ja, besser. Das ist ja scheiße. Ich will sie anfangen. Scheiße. Scheiße, Mann. Mir nervt ja echt, wie die Beste. Die sucht ja gar nichts hier. Ich will sie anfangen. Nicht rein. Und ich will sie anfangen. Oh, weiß schon. Ich juckt das dem gar nicht, oder was ist denn jetzt hier? Sag mal, was ich auch mal hast, ist, den kann ich nicht zuhauen hier, Mensch. Guck mal, der hat ja schon tausend, tausend Schläge von mir gekriegt. Und nix, ne, nützt. Also das ist ja echt zum Mäusemelken, sag ich mal. Also ich denke mal, ich muss die mit diesen Brenn-Dings da platt machen. Aber ich muss erst mal wieder da hinkommen, ist das Problem. Hier waren wir jetzt eben schon gewesen. Na ja, einmal checken wir es halt noch ab, dann checken wir es halt mal ohne euch ab, weil sonst wird es ja auch für euch zu langweilig, finde ich jetzt mal so, oder? Das ist ja auch für euch. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh shit, die kommen rein. Sag zu sein, dass ich sie liebe. Die nerven echt, die Jungs, ohne Scheiß. Wenn dir der Alien nervt, nervt die Hewis. Jetzt von beiden ist es auf alle Fälle immer, ne? Warte mal, drinnen war doch auch auf Haufen. Oder sind wir denn auf Cocktail? Ja, nicht schlecht, ne? Man kann ja mal probieren. Das ist ja auch nix, sag mal. Geht's noch? Oder? Hat's noch was gedaucht? Gucken wir mal eben. Der erlebt noch. Er lebt noch. Shit. Warum lebt denn der noch? Brennen, Mann, ey. Ich mein, stirb. Ach, komm jetzt. Stirb, Mann, ey. Bress doch schon. Versteh das gar nicht. Ich versteh das gar nicht. Ach, Scheiße. Weiß ich auch. Ja, ich denk's auch bald. Ich geh da mal zu im Kreis, ja. Gibt mich Bäume, wo ist er denn da? Ich weiß nicht, was wir Ding mal herstellen hier. Ach, verdammt. Wenn du da drückst, dann ist es vorbei. Nicht rennen! Okay. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Ah! Oh, Mann! Lass mir mal Ruhe. Lass mir mal Ruhe. Lass mir mal Ruhe. Ich weiß. Ich weiß schon. Ich werde sie anfangen. Ja. Ganz sicher. Ach, Mann, oh. Ihr nervt vielleicht. Echt jetzt, äh. Oh, ihr nervt. Wisst ihr das? Komm, mach dich vom Acker hier. Ich werde sie anfangen. Naja, das kann ja sein. Wollen Sie mehr über Sebastopol-Sicherheitsverkehr? Nee, ich hab keine Zeit jetzt hier mit einem Sebastopol-Sicherheitsverkehrer da hier. Ich muss jetzt hier weg. Oh, die Jungs, die Nerven vielleicht. Oh, ich hab dir die Luft angehalten, Mann. Geh weg hier. Au. Das ist ein Blödel. Komm, geh auf. Nee, da will ich überhaupt gar nicht lang, Mann. Oh, das ist auch noch da hier. Nicht schlimm. Lautsprecher. Egal. So, Gas. Gas ist aktiv. Hab ich oder was? Oh, weißt du. Jetzt hätte ich das Zeug gebraucht hier, ne? Das ist schon immer voll. Na gut, okay. Da müssen wir sammeln. Wieder sammeln. Ich glaube, einen dürfen wir weg haben jetzt von diesen Dämms. Ja. Okay. Gut. Jetzt sollten wir vielleicht mal irgendwo speichern. Ah, Flammenöl. Ach nee, wir haben ja das Ding nicht. Shit. Shit. So, okay. Jetzt haben wir das getan hier. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier weiterkommen. Oh, Leute. Jetzt haben wir es geschafft, mich ein bisschen hier weiterzukommen, ey. Haut es mich ja regelrecht weg. Oh, wir haben jetzt ja gar ein Ding. Aber eigentlich würde ich erst gerne mal lieber speichern wollen irgendwo. Bevor wir hier weitermachen. Das machen wir auch jetzt hier. Bevor wir hier weiter sterben. Gehen wir lieber speichern erst mal eine Runde. Äh. Ich glaube, der lang, ne? Oder? Ja, ne? Perfekt. So, Beamer würde ich sagen. Oh, aufregender Bart. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschööö. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR